Es gibt eine neue App namens Konomo. Ja! Ich komme aus der Zukunft. Mein Name ist J6 und es gibt eine Innovation des Jahres. Ich habe einen jungen Mann entdeckt am U-Bahnhof und er wollte sich mit seinem kleinen Geld was vom Automaten kaufen. Und ich habe ihn darauf angesprochen und meinte, hey, das geht viel, viel einfacher. Das alles kannst du heute bargeldlos mit einem Handy und einer App. Er hat sich daraufhin die Konomo App runtergeladen und war fasziniert. Ja! Das ging echt schnell. Ah, ich bin Konomo-Beste, oh ja! Ich habe jetzt nur noch Bargeld los. Konomo, Bargeld los! Ja! Lasst uns die Weltheldschaft an uns reißen! Das ganz Besondere für die nächsten drei Monate. Wenn du einen Vertrag mit O2, Telekom oder Vodafone hast und in der App die Zahlmethode zahl einfach per Handy-Rechnung nutzt, dann kriegst du 50% Rabatt auf alles in dem Automaten. Ihr ladet euch die App runter, gebt eure Postklarzahl ein, sucht euch euren Automaten in der Nähe, dann gebt ihr eure Handynummer ein, verifiziert diese, scannt den Automaten vor Ort, macht natürlich euer Bluetooth an und zahlt einfach per Handy-Rechnung.